Film vs. Realität In der Schule eingesperrt sein Oh, so ein Mist, ich bin auf dem Klo eingepennt Oh nein, die Tür ist abgeschlossen Verdammt, ich bin in der Schule eingesperrt Wie es im Film ist Verdammt, was mach ich denn jetzt? Was? Wer ist da? Ich bin der Geist vom Mathelehrer Klaus Ah, ein Rentner! Ich werde die... Warte, weißt du nicht, was ein Geist ist? Ähm, also... 20 Minuten später Ah, ein Geist ist die Seele eines verstorbenen Menschen, der keine Ruhe findet Jetzt verstehst du's Hmm... Wie es in der Realität wäre Verdammt, was mach ich denn jetzt? Da ist ein Lehrer! Herr Lehrer, hallo! Ich war hier in der Schule eingesperrt Sie müssen mich unbedingt hier raus holen Ich will nicht hierbleiben Ah, okay, ich verstehe Nicht mein Problem Ich hab jetzt Wochenende